Wir sollten vielleicht einer ins andere gehen. So sind wir ja. Teufel ist bei mir. Ja, ich bin da drüben. Genau, mit SHIFT ranzoomen. So läuft es. Und still halten, ne? Ja, also dann suchen wir noch mal so ein Stück ran. Ich stehe unter Beschuss. Ja, ich sehe ihn leider nicht. APG. Ich sehe APG. Würde ich ihn gerne sehen. Einer ist down, aber es war der Heavy Weapon Guy. APG ist leider noch nicht down. Der ist ja in dem Gestrüpp. Welch im Gestrüpp? Ganz rechts. Vor uns. Glatt vor uns. Sollte das die Möglichkeit sein, dass ich einen erschossen habe? Wir haben sogar zwei. Ne, einen habe ich. Ach, dann hätte ich mich auch gewundert, wenn du keinen Frist. Oh, einer war bei mir oben drin. Ich bin tot. Ihr seid tot? Ja. Du bist tot. Ja, dann mach mal Hanawa. Du hast ja gerade bei Lektus gesehen, wie das geht. Ja, aber ich habe mich angehört den Skill. Warte hin, warte hin, warte hin. Warte hin, warte hin. Willst du bitte umfallen? Danke. Will ist, wenn Lack zur Gewohnheit wird. Ich habe mich gewundert, wenn das geht. Ganz da vorne auch meine dicke Wimse nehmen. Ist auch ein Scope drauf. Siegt der Niko. Tja. Ne, Hanawa macht das jetzt alles mit der Pistole nur. Ganz hin, ganz hin links. Nein, ich wollte gerade sagen. Wenn dann Knife. Oh. Ja, Hanawa kriegt jetzt gleich ein paar. Guck mal, da unten ist ein MG auf dem Auto. Ich glaube, unter dir war schon einer. Alter, ich höre gerade da unten und gehe sofort zurück, weil ich denke, da schießt gleich der Typ. Wallhack. Da unten war einer. Rixus, du machst mich fertig. Na, doch nicht. Auf dem Feld. Ich dachte, zwei Stücke sehen. Auf dem Feld waren welche, ja. Ja, ganz stark. Strong, sehr strong. Hallo? Ui. Ähm. Spielst du eigentlich mit Gamepad? Du mich auch, Alter. Dein Joystick, ey. Sehr nice. Dein Joystick. Das soll ich mir merken. Weil deine Bewegung so wenig flüssig ist, so zipp. Das geht immer so ruckweise. Hanawa spielt Insurgents. Aber ich bin jetzt sehr flüssig hochgefallen, fand ich. Das stimmt, ja. Das ging in einem durch. Der spielt mit dem Lenkrad. Gas ist schießen. Straven links, rechts mit, äh genau, links, rechtes Pedal. Ja, den Laden ist hochschalten. Oh, herrlich, ey. Okay, ich werde jetzt erstmal nicht mehr snipen. Okay, ich geb ne Wette ab. Äh, 5 Euro. Ich bin der Erste, der stirbt. Und jetzt schießt Hanawa nicht. Und jetzt schießt Hanawa nicht. Von daher. Anderes Scope. 3 zu 2, ja. Das erste Mal snipen. Und schon muss der Spruch ja anhören hier, weißt du. Was? Von dem Meisterschützen, ne? Ja. Okay, da kommen sie schon angerannt. Ich komm auf den Spruch immer noch nicht klar, der war echt, der war echt immer. Der war ja nicht schlecht, ne? Kann man mal bringen, ne? Ne, ich hab das ernst, ich hab das vorhin schon mal gedacht. Hab ich mir gedacht, ne, der spielt doch jetzt nicht. Ist doch ein Shooter. Der war ja mit Gamepad doch natürlich. Oh! Der war ja, ich bin direkt down, alter. Der war ja, ich bin direkt down, alter. Ihr seid beide down? Der hat, ja, pass auf, wir sitzen in einem Haus mit einem Fenster und der RPG schießt aus 50 Metern durch dieses Gitterfenster ins Haus und wir sind beide down. Ich hab noch nicht mal einen gesehen, alter. Ich hab die Rakete kommen sehen und bin weggerannt, aber, hm. Das wird aber schwierig jetzt. Ja, dann heißt es gleich 20 zu 0 für Elektros, ne? Ja, läuft, ne? 18 zu 0, entschuldigung, 20 zu 0 weg, aber das war's auch gut, ne? Ja. Ja, dann 20 zu 0 für Elektros. Hab nicht mal einen gesehen. Boah, aber ich glaub ich mach jetzt aus, ey. Ich werd müde, dann schlaf ich gleich mit dem Kopf auf der Tastatur, ey, ey. Vielleicht triffst du dann was. Ja, ich schieß ja nicht mit der Tastatur. Wie er zum Mobben anfängt, ey. Ich schieß ja nicht mit der Tastatur, ich schieß ja mit der Pauze. Wie er zum Mobben, ey. So. Hätten sie so, wie, aha. Leg, leg dir doch ein Kissen auf die Paus. Jetzt, wo, wo, wo. Jetzt, alter, wo ist er denn? Alter, ach da. Das ist aber ein scheiß Scope, ey. Hätt ich mal lieber das andere genommen. Sind denn, oder? 15. Ja, das sind ja vorher. Ja wohl locker easy für dich, oder? Ja. Du hast fast, du hast fast eine Minute pro Killzeit. Ja. Fast. Guck mal, auf den Meisterschaften als Sportschütze hast du pro Schuss 10 Sekunden. Das ist doch machbar. Regeneriert man live? Ich bin tot. Jetzt, ja. Jetzt hast du auf jeden Fall genug Zeit dafür. Okay. Jetzt hast du gleich wieder 100. Ähm, du regenerierst, also wenn du unter Beschuss stehst, dann verschwimmt die Sicht ja so, ne? Ja, genau. Und wenn du dich dann so ein bisschen in Deckung aufhältst und ein bisschen weniger... Dann schon, okay. Er hat sich in den Boden gedeckt. Ja. Okay, anderes Scope. Herrlich, ey. Das einfache Red Dot ist schon das geilste. Moment, du nimmst den Sniper mit dem Red Dot? Ja. Und machst damit gerade alles hier platte, oder was? Sehr lächerlich, oder? Alter. Ich dachte ja jetzt das fette russische Zielfernrohr drauf. Nein, einfach Red Dot. Ja, das hatte ich gerade. Das ist scheiße. Ja, das hatte ich vorhin auch beim ersten Versuch. Das ist auch scheiße. Ein so'n Strich ist einfach zu wenig. Da hinten rennen sie schon rum an den Häusern. Ich hab, äh, Mitte, wo der Hambi steht im Feld. Erster Kill. Ah, gut. Du nimmst das jetzt irgendwie nur semi-verwunderlich. Das kannst du auch die anderen 19 machen, Hauptsache sie überlebt den Quark. Oh, ich krieg schon wieder hier Hitze, Alter. Ich weiß ja nicht mal wo. Wo? Er ist down. Wow, RPG. Ja, ich hab gesehen von wo. Ich versuche ihn zu frankieren. Ich versuche ihn nicht mehr zu frankieren. Okay, ich versuche ihn nicht mehr zu frankieren. Oh, ich hab einen gemacht, wow. Geil. Ähm. Oh, Reload. Teufel ist auf links, oder was? Guckt, guckt einer irgendwie aufm Platz. Nicht, dass wir gleich alle... Ich bin unten aufm Platz, ja. Der ist down. Wo ist denn Teufel? Der ist down. Teufel ist gleich, glaube ich, tot. Okay. Ah, alles klar. Über links gegangen, oder was? Äh, keine Ahnung. Da rennen gerade ganz viele weg. RPG down. Ja, auch immer schreit. RPG! Ja, das ist auch meistens das letzte, was du von dem Ding hörst. RPG ist echt der mieseste Gegner ever. Ja, hab ich... Haben wir ja gerade gesehen. Er macht halt Klick und wir sind einfach weg. Ja, das... Und mit drei Leuten vor... Wow, er ist bei mir drin. Er ist bei mir drin. Ihhh. Eq. Nein, ich bring jetzt keinen Spruch. Er steckt ganz tief. Ehm, Reload. Ehm. 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 Ehm, Reload. Ehm, der ist auf links. Schließender Beschluss möchte ich behaupten. Ja. Er ist aber down. Du bist ein alter Abgejahr, oder? Scheiß. Auf geht's. Wie ist deine Sicht auf die linke Flanke? Linke Flanke bist du. Ach, du bist... Ach, ja. Du bist vor. Okay. Ich war noch auf dem Standpunkt, dass du im Krennest sitzt. Nö. Der rusht gerade rein. Mal rein rein. Das Traurige ist, wenn ich das machen würde, wäre ich nach zwei Metern tot. Ja, du siehst die doch. Du siehst die doch schon voll. Lacht da nicht einer hinter dem Auto? Du guckst bei Lektus, ne? Nee, das war was anderes. Ehrlich, ich guck bei Lektus. Gut. Ich war ganz nervös. Ey, Lektus macht das schon. Du brauchst gar nichts machen, bleib einfach safe. Stimmt, eigentlich kann ich mich töten lassen und dann Lektus regelt. Nix. Bleib einfach safe. Ich brauch deine... Ich brauch deine HE. Achso. Lauf mal bitte. Dafür bin ich dann wieder gut genug, oder? Ja. Ich hab nämlich keine. Du bist nur dein Granatenträger, mehr nicht. Genau. Ach du, solange du dann daneben stehen bleibst, mach ich das. Kein Problem. Down. Er one-shottet den, Alter. Ich teile mal ein ganzes Magazin rein und treffe nicht allen. Voll die Silhouette. Aber ohne Spaß, als Sniper ist Lektus auch einfach über. Das ist unfassbar krass. Ohne Spaß, ich bin nicht so wirklich gut als Sniper. Der Lampe aus dem Stream, der relativ selten da ist leider, der geht ab. Und das ist echt nochmal eine ganz andere Nummer. Das war von früher schon, von Counter-Strike. Ohne Worte. Ja, immer. Ich bin jetzt bei C. Ja. Da war ich schon dran vorbei. Ich geh grad in Richtung D. Er trägt grad die Nade, falls da was ist. Okay, bei B ist der Cache. Ja, das war gut. Ja, das war gut. Ich hab bei 10 Minuten. Ich hab auch nur ne HE, ich hätt ne AN mitnehmen sollen schütze. Wie viele haben wir? Vier Stück? Ja, ich bin so links entlang. Aber ich geh jetzt grad nochmal nach B. Bin jetzt gleich da. Ich mach mir jetzt auch auf nach B. Oh, ich werd beschossen. Ich werd beschossen. Dann machen wir Tom Traum. Ich werd beschossen. Ah, sehr gut. Ganz geradeaus leckt das, glaub ich. Na, aufpassen. Erstmal. Oh, da sind zwei. Du hörst ein bisschen weiter rechts, also mittig. in der Map. Alter, wirst du mich hier beschießen und ich seh keinen? Mittig in der Map, glaub ich. Ja, hab einen gesehen. Position von den? Auf dem Boden liegend. Hab ihn. Blutend oder tot? Tod. Alles klar. Meine KD wird so überragend. Was schießt du? Ich hab 4 zu 4, du hast 7 zu 3. Ja, das waren... Ektus hat 41 zu 3. Einer noch. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Da kommt grad'n auf dich zugelaufen. Ach, schon gesehen. Er wär schon tot. Ich schmeiß ne HAI drauf, ne? Ich geh mal weg. Es müsste hingehen, das ist die HEIL-HAI. Ah. So, jetzt noch da eine, dann war's das. Na, jetzt musst du doch wissen, wo wir sind, oder? Ja. Möchtest du keine HE werfen? Wie? Ja, auf das... Ich hab keine. Ich hab wahrscheinlich wieder keine. Ich guck gerade mal. Ne, ich hab ne Smoke hab ich. Kann ich dir anbieten. But why the fuck? Ja. Playing like a pro? Nein. Nein. Stop it like it's hot. Ähm, ich geh mal schon den, den ich als letztes habe. Dann versuch ich mal von dem zu stealen. Ist hier nicht noch? Was hatte der? Ne, der hatte nix. Aber hier lagen ja so ein paar noch, ne? Genau. Ja, du hast ja quasi alle gemacht. Ah, guck mal Molly. Guck mal. Molly, kann man auch aufheben? Molly. Ach, Molly. Hier ist noch ne HE. He's connected from the United States of America. America. Ich hab's. Oder hast du's? Ja, aber glaub ich eher da. Okay, ich hab einfach mal von da hinten HE geworfen. Ja, falls nicht, dann werd ich... quer über die Map. Das geilste ist ja eh... Das geilste ist ja eh... Gestern hast du das Ding gekriegt, ne? Ja. Und heute ziehst du uns schon alle ab. Alle. Also alle Teufel, wo ich da nix sitzen. Oh. Glück ist ja offline, ne? Ich weiß wo er ist. Ich krieg die Maus nicht runter. Jetzt haben wir ihn. Ja, ich wollt grad sagen. Ich bezweifle zwar, dass ich ankomme, bevor du ihn erwischt hast, aber... Du... Schön, ey. Wow, zwei... Ich bekomme das Deine zu vollen Minuten. Wir machen diesen Neck!